bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen wassalat wassalamu ala nabihina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zitna ilma loppishrachli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatamil misani yafqahu qawli thumma amma ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh meine lieben Geschwister wir werden heute inshallah mit der dritten Geschichte weitermachen von Surah del Kehf es handelt sich in der Reihenfolge der Geschichten dieser Surah um die zweite Geschichte wir hatten bei den letzten Malen die ersten oder die Geschichte von Musa und Al-Khidr besprochen gehabt und davor hatten wir die Geschichte der Leute der Höhle besprochen gehabt und heute inshallah beschäftigen wir uns mit der Geschichte von dem Mann mit den zwei Gärten Allah subhanahu wa ta'ala im Unterschied zu den anderen Geschichten welche wir in Surah del Kehf finden erzählt diese Geschichte nicht als eine Geschichte interessanterweise sondern er erzählt diese Geschichte als ein Gleichnis die Verse die Verse beginnen ab Vers Nummer 32 von Surah del Kehf mit dem Worten oder werden eingeleitet mit dem Worten wa ta'ali billahum methala und präge ihnen das Gleichnis oder ein Gleichnis wa ta'ali billahum methala jetzt könnte man sich natürlich fragen warum sich gerade diese Geschichte von den drei anderen Geschichten so stark unterscheidet wir versuchen inshallah allahu ta'ala hier auch auf eine Antwort zu geben oder uns zumindest darüber Gedanken zu machen wenn wir kurz im Vorfeld einfach mal das Thema dieser Geschichte wiedergeben und zwar in dieser Geschichte geht es kurz gefasst um zwei Männer die Offenbarungsanlässe sagen es handelt sich wahrscheinlich um zwei Männer von den Kindern Israels wobei der eine ein Mutmin war ein Gläubiger und der andere war wahrscheinlich ein Käfer gewesen also ein Ungläubiger ich übersetze es einfach mal jetzt so einfach kann gleich noch darauf eingehen inshallah allahu ta'ala der Käfer dem hat Allah subhanahu wa ta'ala viel Vermögen gegeben und zwar in Form eines Gartens der unglaublich schön war und erträglich das heißt er hatte viel Ernte gehabt und konnte sich somit ein Vermögen aufbauen und hat dann aufgrund dieses Gartens sich von Allah abgewandt ganz wichtig sie gehörten den Kindern Israel das heißt er war wahrscheinlich Jude gewesen also Muslim in dem Sinne er glaubte wahrscheinlich einen Gott ursprünglich zumindest ist er in solch eine Gesellschaft hineingeboren worden der andere ist gläubig aber gleichzeitig arm und der Reiche er fängt an vor dem Armen zu prahlen während der Arme ihn ermahnt und erinnert an Allah und daran dass ihm all dies weggenommen werden kann in einem einzigen Moment und am Ende dieser Geschichte wird der Garten dieses Reichen zerstört und er bereut was er getan hat nur mal kurz als Überblick damit wir erst einmal verstehen worum es geht wir dürfen niemals vergessen was das Anliegen von Surat el-Kerf ist wenn wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen genauso auch wie mit den anderen Geschichten was hatten wir gesagt was ist das Hauptanliegen dieser Surat erinnert ihr euch was ist das Hauptanliegen dieser Surat ja die verschiedenen Fitem die verschiedenen Versuchungen des diesseitigen Lebens absolut richtig und anhand dieser Kurzfassung der Geschichte wird eigentlich schon relativ klar um was für eine Versuchung es in dieser Geschichte geht und zwar um die Versuchung des Vermögens und jetzt komme ich noch einmal zurück zu der Frage warum Allah Ta'ala uns diese Geschichte als ein Gleichnis erzählt und nicht als eine Geschichte wie bei den anderen Geschichten auch in der Geschichte die wir noch nicht besprochen haben sagt Allah Ta'ala ja spricht er davon als ein historisches Ereignis was so stattgefunden hat er sagt nicht ich gebe euch oder präge euch ein Gleiches sondern ja er sagt sie befragen ich werde euch von ihm etwas erzählen genauso auch die Ashaber Musa und Al-Khidr warum aber gerade hier als Gleichnis Allah weiß es am besten warum hier ein Gleichnis weil gerade die Versuchung des Vermögens eine Versuchung ist die jeden Menschen fast betrifft und diese Geschichte die sich hier abspielt auch wenn sie sicherlich historisch ist sie könnte sich aber an jedem Ort abspielen und zwar genauso diese Geschichte könnte man sich überall vorstellen die könnte man sich hier in Berlin vorstellen kommt einer mit seinem dicken Auto und gibt an und weiß ich nicht was und der andere hat nichts und erinnert ihn an Allah Subhanahu wa ta'ala dass das auch schnell wieder genommen werden kann könnte man sich sehr gut vorstellen die Geschichte der Siebenschläfer dieser Jugendlichen die in einer Höhle waren kann sich auch wiederholen aber es ist schon eine spezielle Geschichte eine sehr sehr spezielle Geschichte aber wie oft haben wir erlebt dass Allah Subhanahu wa ta'ala einen Menschen der hochmütig geworden ist aufgrund dessen was er besitzt plötzlich erniedrigt und ihm alles nimmt wie oft haben wir das erlebt wie oft haben wir Menschen erlebt selbst aus unserem Umfeld die reich wurden und alles wieder verloren haben in einem einzigen Moment und ich glaube das ist dieses Alleinstellungsmerkmal dieser Geschichte weshalb Allah Subhanahu wa ta'ala auch hier von einem Gleichnis spricht also mit anderen Worten das wiederholt sich das kannst du auf jede Zeit auf jede Gesellschaft auf jeden Ort übertragen weil es geht hier um eine sehr sehr gewaltige Versuchung die Versuchung des Vermögens und Allah Ta'ala er spricht immer wieder diese Versuchung des Vermögens an indem er sagt Al-Malu guck mal er beginnt Al-Malu das Vermögen das Vermögen ist an sich etwas Gutes etwas Positives nur es wird dann negativ wenn es in falsche Hände genommen oder wenn es gierig macht ja und ihr liebt das Vermögen ja unglaublich stark unglaublich stark sehr sehr stark das ist etwas ganz natürliches weil jeder Mensch liebt es Vermögen zu sein etwas zu besitzen und im Grunde genommen strebt auch fast jeder Mensch in irgendeiner Weise danach dass er etwas Vermögen hat selbst wenn es nur so viel ist dass es zum Alltag ausreicht selbst wenn er genügsam sein sollte aber er braucht am Ende was er braucht dieses Vermögen damit er überleben kann wenn ich es nicht habe dann kann ich nicht überleben und dementsprechend hat uns immer wieder Allah Ta'ala genau davor gewarnt dass das Vermögen uns blind macht dass das Vermögen uns in Versuchung bringt ja dass wir anfangen das Vermögen zu einem Gott zu machen zu einem goldenen Kalb welches wir anbeten zu einem goldenen Kalb welches von unseren Herzen aufgesaugt wird wie es Allah Ta'ala auch über die Kinder Israels gesagt hat und sie haben ja das Kalb dieses goldene Kalb mit ihren Herzen regelrecht was aufgesaugt aufgesaugt Gold Silber Vermögen und deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam der warnt uns und zeigt uns auf dass wir niemals genug bekommen werden und das Einzige was uns dann auch wirklich dieses Gefühl der Genügendkeit gibt ist was oder das wir ausreichend haben ist dann unsere Kanar die Zufriedenheit mit dem Wenigen das ist das Einzige was sich davor schützt oder die zweite Option ist die Erde dass du unter der Erde bist ich war heute auf einer Genese gewesen auf dem Friedhof immer wieder und dort ist es geht so schnell da bist du nur unter der Erde und was ist du hast nichts mitgenommen hätte der Sohn Adams ein Tal aus Gold dann würde er sich noch ein zweites wünschen hat er zwei wünscht er sich ein drittes das Einzige was seinen Mund füllt also seine Gier stillt ist was ist die Erde wenn er unter der Erde ist und genau davor warnt uns Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Geschichte dass das Vermögen dich abbringt von Allah was sagt unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam nennen wir nochmal zwei Hadithen die wir uns ein bisschen ermahnen wir kennen die Hadithen aber wir brauchen diese Ermahnung ich mag das immer wieder ja du kennst vieles als musste aber du musst erinnert werden erinnert immer wieder daran erinnert werden und die Dunja lässt sich vergessen unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam er hat gesagt fa wallahi mal faqr achsha alaykum ich mache mir keine Sorgen dass ihr arm seid ich mache mir keine Sorgen bezüglich der Armut euch gegenüber ich mache mir vielmehr Sorgen dass die Dunja sich vor euch ja regelrecht ausgebreitet wird wie denjenigen vor jenen ausgebreitet wurde die vor euch waren ihr dann anfangt sie nach ihr zu streben wie sie nach ihr gestrebt haben und sie euch ins Verderben stürzen wird wie sie jene ins Verderben gestürzt hat die vor euch waren unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam er zeigt uns auf wie das mit der Liebe zum Vermögen ist und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam er sagt wie es Bukhari und Muslim überliefert haben yakbulu ibn Adam der Sohn Adams wird älter und größer also vom Alter her wa yakbulu ma'ah hussnan und es gibt zwei Dinge die mit ihm auch größer werden und was ist das? was ist das? hubbul ma'ah watulul umr die Liebe zum Vermögen wird auch größer wirklich weniger die wird auch größer das ist ja das Problem wa tulul umr und die Liebe dass ich ein langes Leben bekomme subhanallah und genau davor hat uns der Prophet sallallahu alayhi wa sallam gewarnt dass das Vermögen zu einer Versuchung wird und er hat aufgezeigt dass diejenigen welche nur noch für das Geld leben und für die Materie leben und für das Materielle leben dass das jene sind welche zugrunde gehen werden so sagte unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam ta'isa abadud dinar zugrunde gehen wird der Diener des Goldstückes der Goldmünze wa abadud dirhan und der Diener des Silberstückes wa abadud khamisa und der Diener der teuren und schönen Kleidung er wird zugrunde gehen und er wird hinfallen ja auf seinen Rücken und sollte er gestochen werden durch einen Dorn so soll dieses Dorn nicht aus ihm herausgenommen werden also mit anderen Worten unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam er verflucht ihn unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam er macht Dua gegen solche eine Person möge Allah ta'ala uns dafür bewahren beginnen wir jetzt insha'Allah ta'ala mit dieser Geschichte diese Geschichte welche als ein Gleichnis wiedergegeben wird Allah subhanahu wa ta'ala erleicht diese Geschichte ein mit den Worten und präge ihnen das Gleichnis von zwei Männern dem einen der beiden gaben wir zwei Gärten mit Rebstöcken wo Wein angebaut wird Weintrauben und wir umgaben sie mit Palmen und legten dazwischen sonstige Pflanzungen an wenn ich mir diesen Vers anhöre wenn ich mir diesen Vers anhöre dann stelle ich mir einen prachtvollen und schönen Garten vor der in zwei Gärten geteilt ist dieser Garten ist umgeben von Palmen ja also geschützt ja in diesem Garten befinden sich unterschiedliche Arten von Pflanzen es wird dort Wein angebaut also ich stelle mir zunächst erst einmal etwas Schönes vor und Allah Ta'ala er beschreibt das weiter indem er dann nämlich sagt im berauffolgenden Vers Beide Gärten brachten ihren Ernteertrag hervor und ließen es in sich nichts davon fehlen und jetzt noch diese schöne Beschreibung und wir ließen dazwischen einen Fluss hervorströmen also mit anderen Worten dieser große Garten sah aus wie zwei Gärten weil zwischen diesem großen Garten ein Fluss gewesen war der diesen großen Garten in zwei Gärten teilte also dieser Mann der diesen Garten besaß war ein glücklicher Mann gewesen warum er war auf niemanden angewiesen er brauchte kein Wasser vom Himmel er hatte Wasser gehabt in seinem eigenen Garten er musste nicht irgendwo Wasser pumpen oder aus einem See schöpfen sondern er hatte alles gehabt was er brauchte alles was er brauchte hat er gehabt und der Garten er hat immer noch viel Ernte beschert also ein bunter und schöner Garten und wenn ich mir diese Verse anschaue dann bekomme ich ein Gefühl dafür dass Allah subhanahu wa ta'ala die Ästhetik und die Schönheit liebt alleine wie Allah subhanahu wa ta'ala das hier beschrieben hat zeigt dass Allah subhanahu wa ta'ala das Schöne liebt und das Schöne als eine Gnade und Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala ansieht Yusuf alayhi salam wie ist der Prophet sallallahu alayhi wa sallam gesagt hat er hat die Hälfte der Schönheit bekommen als eine Gnade und Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen wenn sie am jüngsten Tag im Paradies sein werden dann wird es für sie nichts Schöneres geben im Paradies als das Antlitz ihres Herrn zu erblicken und zum Antlitz ihres Herrn aufzuschauen es wird der Höhepunkt im Paradies sein weil es nichts Schöneres geben wird als zu seinem Herrn aufzuschauen für jene welche Gutes getan haben wird es das Schönste geben und noch mehr wie das Schönste nein noch mehr subhanahu was kann noch mehr als das Schönste sein die Mufassirun sagen noch mehr als das Beste kann was sein und zwar der Anblick zu Allah Allah ist schön wie es unser Prophet gesagt hat inna allaha jamil deswegen hat er auch den Namen al jamil und er liebt das Schöne warum erwähne ich extra diesen Aspekt ich erwähne diesen Aspekt extra weil es manche Geschwister gibt denen dieser Sinn für das Schöne in unserer Religion fehlt das heißt sie glauben dass diese Hingabe zu Allah und die Anbetung Allah etwas ist was frei ist von Schönheit eine Moschee soll so krack sein wie möglich soll nicht geschmückt sein und sie stützen sich an auf einige Überlieferungen des Propheten welche sie in diesem Fall falsch verstanden haben die Art und Weise wie sie herumlaufen deutet alles andere auf Ästhetiken sie versuchen die Sunde zu befolgen und glauben dass es zur Sunde gehört dass ich schmuddelig und dass ich ungepflegt mit einem ungepflegten Bart herumlaufe nein das hat mit Sunde nichts zu tun Sunde Sunde bedeutet auch dass ich versuche auf mein äußerliches zu achten genauso wie ich versuche auf mein innerliches zu achten und deswegen war eine der ersten Gebote des Islams überhaupt und wie und zwar einmal kam ein Mann in die Moschee Zerzaustes Haar Zerzausten Bart woraufhin der Prophet sagt geh raus und mach erstmal deine Haare und dein Bart und der Ma hat das dann gemacht und kam zurück und dann meinte der Prophet zu ihm Ist das nicht besser Ist das nicht besser als dass jemand zukommt zerzaustes Haar ungepflegt ungekämmt als wäre er ein Schätan der Schätan steht immer für das Schlechte die sozusagen die Früchte von diesem Baum in der Hölle dem Sackum Baum der eine Fitne ist wie es Allah in Surah gesagt hat eine Fitne ist wahrscheinlich ein Riesenbaum der durch ganze Schehannam geht wie beschreibt Allah die Früchte dieses Baumes er sagt als wären sie die Köpfe von Satan hat jemand von uns schon mal einen Satan gesehen hat jemand von uns schon mal einen Schätan gesehen ich nicht das heißt Allah beschreibt hier die Früchte mit etwas was keiner von uns gesehen hat aber wie stellt sich jeder von uns einen Engel vor schön und das ist diese Ästhetik die so wichtig ist in unserem Glauben auf die wir auch Acht geben sollten dass wir in gewisser Weise ein wenig auf unser Äußeres Acht geben aber natürlich in erster Linie auch auf unser Inneres und jetzt Allah subhanahu wa ta'ala er spricht also in diesem ersten Vers von diesem schönen Garten und das Wichtige ist wie macht er das er sagt hört gut zu dem einen der beiden gaben wir zwei Gärten mit Rebstöcken und wir umgaben sie mit Palmen und legten dazwischen sonstige Pflanzungen an und dann wieder in dem darauffolgenden Vers und wir ließen dazwischen einen Fluss hervorströmen wie beginnt also Allah ta'ala diese Geschichte er beginnt diese Geschichte damit und zeigt auf Allah ist der man all diese Gaben gegeben hat ihr habt dafür nichts getan es ist eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala und so etwas darfst du niemals vergessen egal was du hast egal was es ist vergiss niemals den Mun'im denjenigen der dir all dies zur Verfügung gestellt hat weil ab dem Zeitpunkt wo ich es vergesse bin ich ein Käfer sag ich mal wie willst du Tickfir auf die Leute machen nein ich bin ein Käfer für die Gnaden Allahs und deswegen es gibt unterschiedliche Formen von Kufr es gibt den sogenannten Al-Kufr Al-Akbar den großen Kufr der aus der Religion ausschließt Al-Mukhridj min Al-Millah und es gibt dann noch den Kufr Al-Asghar den kleinen Kufr und damit ist was gemeint der Kufr im sprachlichen Sinne das heißt dass ich etwas überdenke dass ich etwas verleugne was mir gegeben wurde wie die Gnaden Allah subhanahu wa ta'ala ich kann gegenüber einem Menschen ein Käfer sein indem ich undankbar bin gegenüber diesem Menschen und ich bin undankbar gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und dementsprechend ein Käfer gegenüber seinen Gnaden wenn ich vergesse woher all dies kommt was ich besitze und jetzt nachdem Allah subhanahu wa ta'ala den Garten beschrieben hat in dieser schönen Art und Weise beginnt beginnt nun ein Gespräch oder beschreibt Allah ta'ala ein Gespräch zwischen dem Garten Besitzer und zwischen seinem Freund und wir wollen uns das mal anschauen inshallah und zwar sagt jetzt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes und er hatte daraus reichlich Früchte also es fehlt ihm an nichts er hat alles gehabt alles er ist völlig autark gewesen hat sich sozusagen musste sich auf niemanden stützen besaß alles was man besitzen muss und jetzt nachdem er all dies erreicht hat spricht er zu seinem Sahib wie kann ein Muslim mit einem Nicht-Muslim befreundet sein Allah spricht von Sahib und Sahib ist doch ein Gefährter also jemand mit dem ich häufig zu tun habe was sagt Allah über Abu Bakr er sagt also als er mit dem Propheten in der Höhle gewesen war als er zu seinem Gefährten sprach wie nennt man die Gefährten des Propheten das kommt genau davon und es gibt unter den Gelehrten Meinungsverschiedenheiten darüber ab wann man eigentlich ein Sahabi ist wie sozusagen weiß man wann jemand ein Sahabi ist wann ist jemand ein Sahabi wann ist jemand ein Sahabi welche Schwester wann ist jemand ein Sahabi gesehen und in diesem Moment an ihn geglaubt haben und als Muslim gestorben sein das ist so die gängige Form aber es gibt Meinungsverschiedenheiten weil es gibt manche Gelehrte die sagen es reicht nicht aus ihn einfach nur gesehen zu haben sondern man muss auch einige Zeit mit ihm verbracht haben und deswegen gibt es Meinungsverschiedenheiten aber die meisten sagen es reicht aus gesehen zu haben aber trotz alledem ein Abu Bakr ist nicht gleich wie jemand der wie gesagt ihn nur einmal in seinem Leben gesehen hat kann man nicht vergleichen kann man nicht vergleichen kein Fall und deswegen gibt es manche die nur einmal gesehen haben auf der Halsch beispielsweise die kann man nicht wirklich sahaben und wenn dann sind sie wirklich eine ganz untere Stufe also zur Sohbe gehört auch in gewisser Weise dass ein wenig Zeit mit ihm verbracht wurde und jetzt könnte man sich die Frage stellen wie kann das sein wird nicht häufig gesagt es ist verboten dass ein Muslim nicht muslimische Freunde hat das hört man auch häufig ich habe viele gesagt die gesagt haben ein Muslim darf auch keinen Käfer zum Freund haben kennt ihr diesen Barino Barzum habt ihr von Ägypter der einmal Muslim geworden ist und wieder abgefallen ist und darüber eine Doku gemacht und dann hat er genau das damals begründet natürlich ist das alles wahrscheinlich gespielt gewesen aber unabhängig davon ein Muslim darf keinen Nichtmuslim als Freund haben aber was sagt Allah er spricht hier von zwei Leuten der eine hat geglaubt der andere hat nicht geglaubt und er nennt sie Weggefährten Leute die viel miteinander zu tun hatten und die sich auch ausgetauscht haben die wahrscheinlich auch Zeit miteinander verbracht haben wie ist es denn jetzt ganz konkret gehört es zum Muala und Barat zur Loyalität und zur Lossagung dass ich überhaupt keine nichtmuslimischen Freunde habe es gibt manche Leute die sagen ja das ist so aber der Koran er zeigt dir auf dass das nicht so ist sondern dass es Menschen in deiner Umgebung gibt die du natürlich Zeit verbringen kannst und die du auch als sahib bezeichnen kannst nur was ist das was der Prophet uns immer wieder beigebracht hat und wovor unser Prophet auch gewarnt hat ist dass ich gerade die engen Freunde mit denen ich viel Zeit verbringe dass ich mir diese Menschen aussuche aus einem Kreis der die Religion Allahs nicht kennt weil dann kann es sein dass sie mich vom Wege Allahs wegführen und deswegen behandelt unser Prophet der Mensch ernimmt die Religion seines engen Freundes an so soll man ganz genau darauf schauen wie man sich zum engen Freund nimmt schau ganz genau hin schau auch mit wem du Zeit verbringst viel Zeit verbringst weil das wird sich auf dich abfärben und deswegen eines der größten Probleme was es viele Leute haben wenn sie anfangen zu praktizieren was wir schon oft erwähnt haben ist dass sie es nicht schaffen ihren Freundes zu wechseln aber dass ich Bekanntschaften habe dass ich mit Leuten zu tun habe dass ich auch jemanden als Freund bezeichnen kann der nicht glaubt solange ich aber einen festen Kreis um mich herum habe der mich stärkt und mit dem ich mich Allah subhanahu wa ta'ala anhören kann dem spricht nichts dagegen wie es Allah subhanahu wa ta'ala hier auch aufzeigt und jetzt sagt Allah ta'ala und zeigt auf wie dieses Verhältnis aussieht während er mit ihm einen Wort wechsel führte ein Chewar auf Augenhöhe ein Chewar auf Augenhöhe ich habe mehr Besitz als du und auch eine mächtigere Schar er ist überzeugt von sich selbst er hat angefangen Hochmut zu entwickeln selbst gefallen aufgrund seines Vermögens und aufgrund der Leute die er engagiert hat und die an seiner Seite aber wahrscheinlich nur aufgrund seines Vermögens nur und das ist auch ein deutsches Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall Hochmut kommt vor dem Fall und dieses Sprichwort entspricht eins zu eins den Hadithen unseres Propheten sallallahu alaihi yur'islam was sagt unser Prophet sallallahu alaihi yur'islam in Sahih Bukhari er sagt während ein Mann gerade am Laufen war mit einem Gewand und er gefällt sich selbst ja er hat sich gestylt glaubt er wäre was besonderes weil er teure Kleidung trägt lässt Allah ihn plötzlich im Erdbund versinken und er befindet sich in der Erde hin und her bis zum jüngsten Tag deswegen ist es gefährlich das kann jedem passieren keiner ist davor geschützt wie kann so etwas nicht passieren wie kann das genauso passieren wenn du nicht aufpasst Schlecht dran kommt er lässt dich vergessen du denkst jetzt während du gerade diesen Vortrag hast niemals nicht ich aber wie viele Leute haben schon Vorträge gehört und haben gesagt niemals nicht ich und sind genau dort gelandet das ist einer von den Kindern Israels er erzählt uns eine Geschichte im Koran von jemandem der praktizierend Israels und dem genau das passiert ist und der alles vergessen hat aufgrund seines Vermögens und zwar Qarun Qarun Allah ta'ala er erzählt uns von Qarun indem er sagt und so tragt er zu seinem Volk in seinem Schmuck heraus diejenigen die das dieszeitige Leben bekehrten sagten Er hat wahrlich gewaltiges Glück Qarun es war einmal ein Muslim gewesen der gehörte zum Volk von Musa die Kinder Israels sie unterstützen ihn dass er aufsteigen kann sie unterstützen seinen Handel und dann hat er alles vergessen und hat sich gegen sie gewandt und hat mit Pharao einen Pakt abgeschlossen gegen die Kinder Israels subhano aber die einfachen Leute die sagen Qarun und sagen boah ich will auch so sein wie er lass dich niemals täuschen anhand des Äußeren ist alles nur Glimmer und Glanz nicht mehr du weißt nicht ob es diesen Menschen wirklich gut geht ob sie wirklich glücklich sind nimm dir nicht diese Menschen zum Vorbild das kann ganz schnell passieren gerade heutzutage es gibt immer mehr irgendwelche auf YouTube ich weiß nicht Motivationstrainer ich weiß nicht Motivationstrainer und die sprechen immer von schnellem Reichtum es geht immer nur um Reichtum 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 und häufig wenn man sich das anhört ist man motiviert das ist ja auch gut man sollte ja auch sich anstrengen sogar nach Streben finanziell unabhängig zu sein das sind super Sachen aber auf diesem Weg darfst du niemals was vergessen niemals dein eigentliches Ziel außer Acht lassen weil sonst vergisst du irgendwann immer alles weil es dir nur noch um finanzielle Unabhängigkeit geht ich will finanziell unabhängig sein nicht nur ich will vermögend sein und du vergisst alles strebe danach aber vergiss niemand das eigentliche Ziel Karun hat es vergessen wie geht es weiter Allah subhanahu wa ta'ala sagt aber diejenigen die ihm das Wissen gegeben wurden sagten wir euch Allahs Belohnung ist besser für jemanden der glaubt und rechtlich hat man handelt aber es wird nur den standhaften dargeboten vergesst nicht das alles nur äußerlich ist darum geht es nicht und jetzt kommt die Strafe Allahs genau dieser Fall nach dem Hochmut nach der Hochmut Allah subhanahu wa ta'ala er sagt dem Hochmut entschuldigt da ließen wir mit ihm und mit seiner Wohnstätte die Erde versinken wieder dieser Ball hat alles verloren versinken lassen sie den Ungläubigen wird es nicht wohl erdehnen das ist die jenseitige Wohnstätte wir stimmen sie für die jenigen die weder Überheblichkeit auf der Erde noch unheil begehren und das gute Ende gehört dem Gottes fürchtigen was für eine Geschichte die uns noch einmal aufzeigt es geht ganz schnell ganz schnell und deswegen sagt der Prophet drei Dinge die ins Verderben stürzen wir haben sie schon oft erwähnt gehabt was sind sie einmal Geiz dem du gehorsam leistest Nummer zwei Neigung die du befolgst und Nummer drei dass du dir selbst gefällst jetzt jetzt machen wir weiter und zwar kommt der nächste Vers der uns aufzeigt wie sich das dann bei ihm entwickelt hat er spricht jetzt über diesen Mann wie er handelte und er sagt wahrscheinlich hat er ihn dann auch mitgenommen guck mal was ich alles habe deren er sich selbst Unrecht hat du tust dir aber selbst Unrecht warum weil du nämlich diese Gnade die du von Allah bekommen hast in Gefahr bringst dass sie dir genommen wird glaub ja nicht dass du die Gnade Allahs festhältst indem du mit dir geitzt oder indem du mit ihr angibst nein das führt genau zum Gegenteil er dachte das ist der einzige Weg und deswegen sagte er daraufhin er sagte ich glaube nicht dass dieser Garten jemals zugrunde gehen wird wie kann ich meine Gnaden festhalten die mir Allah gegeben hat erstens durch Dankbarkeit wenn ihr Dankbarkeit zeigt dann werde ich euch mehr geben zweitens dass ich versuche diese Gnaden für das Gute zu verwenden hört mal was unser Prophet merkt euch diesen Hadith unglaublich wichtig es ist ein schöner Hadith den nicht alle kennen wir haben ihn schon mal erwähnt gehabt aber es ist ein unglaublich wichtiger Hadith und zwar wird von Abdullah Ibn Umar überliefert dass er sagte dass der Prophet sagt die er auserwählt hat mit bestimmten Gnaden aus welchem Grund damit sie damit den anderen Menschen nützen er lässt diese Gnaden bei ihnen solange sie sie dafür verwenden sobald sie diese Gnade zurückhalten nimmt er sie ebenfalls von ihnen und er wird sie anderen geben also willst du dass Allah deine Gnade bewahrt dann sei dankbar und versuch diese Gnade immer für das Gnade zu verwenden und jetzt sagt er weiter und ich glaube nicht dass die Stunde des Gerichts sich einstellen wird wir müssen immer denken er war Jude gewesen er hat ursprünglich geglaubt aber das Vermögen hat ihn blind gemacht und ich glaube nicht dass die Stunde des Gerichts sich einstellen wird und wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werden sollte sollte ich weiß es nicht genau aber falls ja guck mal wie hoch möglich ist werde ich ganz gewiss etwas besseres als ihn als Rückzugsort finden Allah er gibt dieselbe Antwort und eine ähnliche Antwort und zwar ebenfalls ein Zitat von jemandem der nicht glaubt sollt sollte ich zu meinem Herrn zurück dann werde ich bei ihm sicherlich das schönste bekommen ich meine Allah muss mich lieben wenn er mir so viel gibt du hast keine Ahnung du hast nichts verstanden du hast die Gesetzmäßigkeit dieses Universums nicht verstanden diese dunya ist nichts wert würde diese dunya auch nur so viel wert sein bei Allah wie der Flügel einer Mücke dann hätte er einem der ungläubig ist nicht einen Schluck Wasser gewährt die dunya ist nichts wert Allah gibt die dunya den schlimmsten Menschen auf dieser Welt meint ihr Allah würde das tun wenn die dunya was wert wäre und Allah erinnert die dunya von den Menschen die er am liebsten hatte wie unseren Propheten also die dunya ist niemals ein Maßstab dafür ob Allah schliebt oder nicht es kann so sein dass Allah nicht überhaupt mich liebt und deswegen die dunya gibt damit er nicht los wird keins wechs wir werden sie schritt für schritt weg bringen weg führen von wo sie es gar nicht erwarten Allah gibt dir und du denkst ich habe dabei ist das nur eine Versuchung und jetzt antwortet ein bisschen zusammenfassen jetzt antwortet der Saheb der andere sein Gefährte sagt zu ihm auf Augen höre das Gespräch während er sich mit ihm unterhielt und er sagt zu ihm schaut mal wie er das macht wie schön er argumentiert verleugnest du denjenigen der dich und jetzt hört dazu was er erwähnt zwei Dinge aus Erde hierauf aus einem Samentropfen erschaffen und hierauf dich zu einem Mann geformt warum erwähnt er gerade die Erde und den Samentropfen was würdet ihr sagen warum gerade diese beiden Dinge Erde Adam und dann jeder andere Mensch Samentropfen Nutfer warum gerade diese beiden Dinge was machen wir mit der Erde wir laufen auf ihr wir stampen mit unseren Füßen auf ihr Erde ist für uns nichts wert Erde ist für uns nichts wert und ebenfalls Nutfer Samentropfen ist etwas eklig klebrig weiß ich nicht was nichts wert und Subhanallah er erwähnt extra diesen beiden Dinge und ihm auf zu zeigen Allah du bist eigentlich nichts wert und Allah hat dich trotzdem zu einem Mann gemacht der all dies hat aus dem nichts Subhanallah wie er aber man zeigt mir auf wer bist du was ist der Unterschied zwischen mir und dir du bist aus Erde ich bin aus Erde du bist aus einem Samentropfen erstanden und ich bin aus einem Samentropfen erstanden was ist der Unterschied zwischen mir und dir es gibt keinen Unterschied du glaubst du hast was besonderes du musst genauso auf toilet wie ich du wirst genauso krank wie ich du hast dieselben Bedürfnisse wie ich du bist nicht besonders nur weil du mehr hast und genau das hält er ihm vor Augen und dann kommt das nächste und er sagt ursprünglich so heißt es also er will damit sagen aber was nicht betrifft er Allah ist mein Herr und ich geselle meinem Herrn niemanden bei warum spricht er hier von Shirk ich meine er ist doch kein Muschlik er ist doch eigentlich einer von den Kindern Israels und er sagt ja auch nicht dass er andere Gottheiten an warum spricht er hier von Shirk ja er glaubt er hat alles selbst verdient das ist der größte Shirk überhaupt wer hat ihr die Kraft gegeben das überhaupt zu machen wer hat ihr all die Gnaden gegeben das ist der größte Shirk dass ich Allah verleugne der mich erschaffen hat ist der größte Shirk überhaupt ich meine was gibt es für einen größeren Shirk als zu glauben ich bin der jenige der erschaffen hat wer bist du gar nichts du warst nichts und Allah hat dich erschaffen hat dich überhaupt erst existent gemacht gab es eine Zeit wo der Mensch nichts erwähnt wert gewesen die haben ihn erschaffen aus einem Samen ein Gemisch und haben ihn dann hören und sehen gemacht was bist du so überheblich das ist der größte Shirk überhaupt und dann geht es weiter würdest du doch wenn du deinen Garten betritt sagen kulte sagen mashallah es sei was Allah will es gibt keine Kraft außer durch Allah wenn du auch siehst dass ich weniger besitzt und Kinder habe als du Allah will nicht weg geben er will nur dass du sie auf ihn zurück führst mashallah es kommt von Allah Allah wollte dass ich das bekomme Alhamdulillah und ich danke Allah dafür und somit bewahre ich meine Gnade wie ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam in verschiedenen Überlieferungen auch aufgezeigt hat wie man seine Gnaden bewahrt in einem Hadith von Abu Ya'la von Allah eine Gnade erwiesen hat entweder Gnade warum das Fundament unseres Glaubens ist wir führen alles auf Allah zurück das ist das Fundament unserer Aqide des Monotheismus und alles andere ist eine Form von Schirk und deswegen hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam immer wieder von uns verlangt dass wir regelmäßig sagen sollen in einer anderen Überleitung bei Imam Muslim sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam wie es von Abu Huraira ist ein Schatz von den Schätzen des Paradies und dann sagt er wenn der Diener das sagt so sagt Allah mein Diener hat sich mir voll und ganz gefügt und hingekinnt und deswegen sind diese Worte so wichtig wir könnten noch andere Hadith aber wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen inshallah und jetzt hat er ihn gewartet mir aufgezeigt was ist wenn Allah all das wegnimmt auch wenn ich senden so dass er zu schlüpfrigem Erdboden wird also mit anderen Worten der Garten wird zerstört und vernichtet oder dass sein Wasser versickert sein wird dieses Wasser dieser Fluss den du hast mitten in deinem Garten dass er nicht mehr da ist sodass du es nicht mehr auswendig machen können und jetzt kommt die Strafe seine Früchte wurden ringsum erfasst da begann er seine Handfläche umzudrehen wegen dessen was er für ihn ausgegeben hatte also mit anderem Wort er fing an sich sozusagen auf die Wange zu schlagen und sich die Hände aufeinander zu schlagen während er wüst in Trümmern lag und sagte oh hätte ich doch meinem Herrn niemanden beigesellt und er hatte weder eine Schad noch konnte er sich selbst helfen all die Menschen die er angestellt hat die angeblichen Freunde waren plötzlich von einem Moment auf den anderen weg weil er sie einfach nicht bezahlen konnte in dem Fall gehört all die Schutz Er schafft Allah dem Waren Er ist der Beste im Belohnen und er verschafft den besten Ausgang und jetzt schließt Allah diese gesamte Geschichte mit einem weiteren Gleichnis ab was wir nur vorlesen werden was aber schon alles klar macht und sagt Allah und träge ihnen das Gleiche vom diesseitigen Leben es ist wie Wasser das wir vom Himmel hinabkommen lassen worauf sich damit das Gewächs der Erde vermischt dann wird es zu zertrocknetem Zeug das die Winde verwehen die Dunja vergeht egal wie viel du davon hast irgendwann einmal wird alles vergehen und Allah hat ihr zu allem für die Macht der Besitz und die Söhne die Kinder sind der Schmuck des diesseitigen Lebens das bleibende aber die rechtschaffenden Werke sie sind bei deinem Herrn besser hinsichtlich der Belohnung und besser hinsichtlich der Hoffnung dem ist nichts mehr hinzuzufügen und somit ist auch die dritte Geschichte abgeschlossen Tschau nach und versuche nächste Woche dann die vierte Geschichte von Suratil Kev zu besprechen und somit dann auch Suratil Kev abzuschließen ich danke ich danke euch für eure Aufmerksamkeit mal To machen 2 1 1 2 2